Musik 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 Wortball wird seit ca. 40 Jahren Wir haben über 800 Mitglieder Wir verstanden über 830 Mitglieder in einem kleinen Ort von 3000 Einwohnern Musik 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 Der Korbball wird ähnlich wie Handball mit zwei Mannschaften gespielt. Es gibt vier Feldspieler und eine Korb-Hüterin und drei Auswächse-Spieler maximal. Musik Es ist begrenzt mit diesen Schritten, nicht wie beim Handball, dass man durchbrellen kann, sondern man kann maximal sechs Schritte machen oder sich den Ball vorwerfen, Dadurch, dass man eigentlich kaum noch prellt, ist es trotzdem ein sehr schnelles Schuh.